Wir haben hier noch das Comeback des Weltmeisters und mich würde es mal interessieren, gibt es hier, aber wir haben ja möglich zu sagen, Fans von Michael Reutel und was ist für den Fans von Giovanni Amato? Wir kommen zum nächsten Kampf, Muay Thai im Superschwergewicht. 503 Minuten. Ich rufe als erstes in die rote Ecke aus Düsseldorf, Michael Reutel. Und jetzt, es ist Zeit für das Comeback. Ich rufe in die blaue Ecke von Joschen aus Dettmall. Giovanni Lecce Amato! Ich vergrenne mein Studio, ich schmupfe die Gegner wie Koks. Ich erschlag' meinen Golf, ich vergrabe mir im Hof, ich sag' meine Buben. Belembore In der Rückmette, er ist 33 Jahre alt, 1,94 Meter groß. Er wurde gewonnen mit 115,6 Kilogramm. Er kommt vom TVG Düsseldorf und sein Trainer ist Rainer Eitenberg. Er hat eine makellose Kampfbilanz. Sechs Kämpfe, sechs Siege, davon zwei durch Knockout. Michael Wolken! Der Blauwecke, 45 Jahre alt, 1,96 Meter groß, er wohnt mit 113,75 Kilogramm. Er kommt vom Joe Schimau, von Edmall, von Erwin Betroth, von Jens Solowand und Detlef Thürnau. Er ist FKR-Weltmeister aus dem Jahr 2002. Sein Kampflikorn, 35 Kämpfe, 33 Siege, davon 20 durch Knockout. Chegele, Erwin Betroth, am Auto! Applaus 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 Das war's. 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 Das war's.